Der Nagel hat alles am Scheiß durch, ne? Den steh ich ja auch sicher mit den Füßen so, oder? Ja, das geht. Alles gut. Da ist auch Stil. Das hat mir gerade genug drin. Schön in den Sandhäumen. Das Schlimme ist, er hat endlich meine Brille weiter zu packen. So ist es, ich habe gar keine vernünftige Brille mit. Das heißt, ich frag die auch so blöd, weil dann hätte ich eh nichts machen können. Ich hab nur eine Sonnenbrille mit und die ist mir dafür ehrlich gesagt zu schade. Ja, das muss noch eine alte Füße geben. Ja. 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 Das ist schon geil mit so einem Ding, ne? Macht schon Spaß. Seidst du da durch, oder? Zumal ist es immer weggekommen. Jetzt ist... Das wird's lustig. Wie siehst du jetzt? Ja, das soll ich jetzt auch machen. Das ist eigentlich die Stoßdämpfer, die durchdrückt oder der Rahmen, der aufsetzt. Oder die Stoßdämpfe. Achso. Und quasi die Anschlagsduffer. Achso, ja. Gehst du da auch noch durch, oder ist er zu tief? Das hier? Ja. Der ist echt gestern schon drin. Schade. Dann fang ich auch mal hier rum und da hinten runter und hier raus. Okay. Den Berg kommen auch nicht mehr hoch. Ja. Hat das Ding denn, äh... eine Penzialsperre hinten, oder ist das, äh... Ne, der weg. Ne, nicht. Gefe hab ich eigentlich. Aber... Ja. Aber... Ja. 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 Jetzt ist Paul, die Penzelspanzer. Mir geht gleich dran. Der Nagel hört alles an Scheiß durch, ne? magically aus dem Flugzeug. Oh... Oh, ist das kalt. Oh, Scheiße. Oh, herrlich. Jetzt muss ich mal das neu machen. Ich hab überhaupt nix sauberes von mir. Das dürfen wir ja nicht verpassen. Oft siehst du das nicht, wenn das noch nass ist. Wenn das dann trocknet, hast du dann so helle Schirren da drauf. Jetzt sollte er gehen. Ich weiß nicht nur, wie lange die Kamera trocken bleibt. Ob die ganze Fahrt da drauf ist dann. Ist das kalt! Wuhu! 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 Alter, da zieht sich alles zu noch. Oh, shit! Eieieiei! Mit Kamera geht's auch noch! Nur ein paar Wassertropfen drauf! Warte! 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 Schön Sonne! Warte! 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 Warte, meinst du! Warte! 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 Das ist die ganze Meisten! Warte! Du hast einen Schwung oder was? Du musst andersrum lenken. Du musst nach da lenken. Ja, weiter, 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 weiter. Keine Fris. Im Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018